Wow 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 Sie verschieben anscheinend wie ein Portal die vorwärts in Deutschland Hui oder genauer gesagt wie nicht Ja Was schnell reinkommt kommt schnell raus Wow Wie kommen wir da Ja einfach mal da ein Portal Und dann fliegeln wir durch So So Hab weg Okay Da musst du nicht hin Auch nicht Wo willst du hin du Schwein Ähm ja Kein Kommentar So Springen wir mal rein Und dann Kommen wir hier bei der zweiten Etage raus Das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit bleibt zwischen den Portalen gleich Einfach gesagt Was schnell reingeht kommt schnell wieder raus Speedy things go in Speedy things comes out Und jetzt sind wir auf der Seite gelandet und haben uns gedreht Ey Verpackt das Radio Übrigens Eine sehr wichtige Einladung Falls jemand Lust hat mit mir Portal Online zu spielen Soll er bei Spieltipps Portal eingeben Unter die Cheats und Tricks gucken Und das müssen die letzten zwei Einträge von mir sein Da wird Da wird beschrieben wie man Portal Multiplayer spielt Dann können wir das mal machen Irgendwann mal Frag mich einfach ich werde meinen Kanal Irgendwann mal updaten Dann könnt ihr sehen wie ich bei Skype und Steam heiße Falls ich das vergesse Ähm Erstmal das Level angucken Okay Radio Verdammtes Radio Genau Ich werde jetzt zwei Wege zeigen diese Diese Testkammer zu lösen Weg 1 Knopf drücken Rein Schnell da rein Portal hier hinschießen Energiekugel kommt raus Fliegt gegen das Ding Tja genau so soll's sein Tja genau so soll's sein Tja genau so soll's sein So jetzt machen wir mal so Und jetzt Jetzt holen wir uns die komplette Portal an Wow Wow Oh mein Gott Oh mein Gott Was denn Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von So dich tun okay Radio Oh Ich will hier drauf stehen Oh da kommt das Ding auf mich zu Oh mein Gott Ich bin eine Wand Und Jetzt zeige ich euch den Ninja Weg Das Gerät ist kein Leben Ähm Das war nicht beabsichtigt Ähm Da 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 hab ich gespreichert So The Way of the Ninja eben Ähm Falls ihr's nicht wisst The Way of the Ninja ist der volle Name von N Und Und Uuuui Ja Dann kommt das Ding hier Dann können wir da rein Aber das wollen wir noch nicht machen Ich will euch was zeigen Man soll hier die Energiekugel einlochen Und ich zeige euch mal jetzt wie Wie man das ganz cool macht Ähm Jo Wenn ich Pech hab 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 ich mir Verback ich mich gleich Ahja das Glitching Das Backen Glitching Ähm Verdammt Ähm Da sehe ich jetzt meine Beine Wenn ich jetzt irgendwo ein blaues Portal hinschieße Dann müsste ich woanders lang Ähm Oder ich stecke einfach Okay Hat sich schon alles erledigt Hat sich schon alles erledigt So Machen wir einfach mal Da ein Portal Das spälen wir mal kurz ab Und Ähm Jetzt bin ich hier stecken geblieben Mache ich ein Portal Ähm Nö Klappt nicht Immer und überall Na gut egal Wir brauchen Da eben unser Portal kurz Und Und Hier ist noch der alte Schalter Irgendwo Ähm Ja Wo ist der Schalter Oh cool das war geil Und Okay Okay Ja Ja Entschuldigung Mal das hier rein Haha Man wäre jetzt eigentlich stecken geblieben Man könnte jetzt nicht mehr raus Deswegen Ist das hier jetzt offen Nein Nein Nicht schlecht Wir sind jetzt nicht weg Sowas gibt es öfters Wenn ich jetzt hier ein Portal mache und da ein Portal mache und Glück habe passiert das folgende Ähm Hat das was gebracht Ähm Nicht ganz Schon Das hast Hahaha Geil Einmal hatte ich das besser dass es so entlang geflogen ist Hier gegen gestoßen und dann da runter Gut wir haben es geschafft Aber jetzt machen wir den Rest eben so wie es sein sollte Ähm Wie komme ich denn da hin Versuchen wir mal darüber zu springen Jetzt kommen die Sachen die man eigentlich nicht machen sollte Wir brauchen bisschen Zeit Wir wollen ja das Radio Wisst ihr wie gemein das war? Das war sehr gemein Und Jetzt Boah cooler Sprung Wow Hab dich Schwein Oh Dann müssen wir nicht woanders hinbringen Ähm Ja wohin? Dahin? Ähm Weiß jetzt nicht was passiert ist Aber ich glaube wir waren richtig Ich glaube wir müssen das Portal ein bisschen umplatzieren So Und So Hab dich Ja Ja jetzt kommt die Safety Way First Way First Way Way First Ja Aha Hab dich Schwein Das Das ist auch So kann man einen Erfolg kriegen Wenn jemand Das hier Fünf Minuten lang Macht Boah schwendelig Ähm Wie gehen wir uns dann die Rennung schaffen Freifall 9000 Meter lang 9000 Meter lang 9000 Meter muss man sich fallen Auf diese Weise Übrigens wir haben einen Erfolg bekommen Ähm Laborrat heißt er Und sich das komplette mobile Portalgerät Portalgerät von Apache Science Das haben wir jetzt geschafft Und das reicht auch für heute erstmal Tschüss Und das heißt soll nicht tschüss ähm Mir fehlen da paar Minuten Ich kann jetzt Noch 6 Minuten drehen Also geht es weiter Das hat sich dumm auf Ähm Einherz ist The Flame Yourself The Flame Yourself The Flame Yourself Und übrigens die Zeit hier habe ich wohl etwas weniger betont also Diese Zeit sind lustig die Fähigkeit Und zwar High Quality in Gegensatzung Portable Ähm Wieder das mit dem Portal im Puls So Und dann springen wir da runter Und dann sind wir hier Da sind wir hier Da sind scheiße Da sind wir hier Da sind wir hier Da sind wir Wir kommen wieder hoch Scheiße wir brauchen noch ein Radio Tja Radio Tja Radio Also gut Spring Auf landen Vielleicht Vielleicht Ist da ein Radio Vielleicht Vielleicht Mal schon Oh Hab dich du Schwein Dreckiger Schwein Nur weiß ich jetzt nicht mehr wo du hin sollst Schwein Warte wir sind in der Nähe wir sind in der Nähe Hab dich Tackle Gut Getötet Ähm Ja So viel drauf hoch springen Einfach so Wo auch jetzt Da steht dann noch Wie In der englischen Version und ich wusste nicht dass es wie er heißen soll Wahrscheinlich sind die gestorben und dann wir Entschuldigung dafür oder sowas Ich wollte ein Wort mit Peser